hallo hallo ihr seht oder habt die bilder gesehen seht mich momentan ich bin noch nicht ganz fit ich muss noch weiter nachdenken und es ist nicht einfach aber mal gucken was ich mache ich habe jetzt zwei tage nachgedacht was ich machen soll und mein entschluss ist gefasst dass ich weitermache weil ich drehte ja als markus böhm auf habe auch ein privatleben ein eigenes leben wie gesagt es wird veränderungen geben die werde ich euch noch mitteilen was es veränderungen gibt das weiß ich noch nicht wie gesagt was ich toll finde dass ich so eine kraft von euch bekomme ohne euch würde ich das gar nicht schaffen ich habe gemerkt dass fanliebe ganz was tolles ist ich bin auch sehr sehr froh darüber dass es euch gibt und bedanke mich wie gesagt ich mache weiter schauen wir mal was kommt und ja dankeschön